Wenn ich festgenommen werde, muss ich mein Auto verkaufen und zwar ein Lamborghini, der mich 500.000 Euro getestet hat. Das heißt, wenn ich festgenommen werde, wird das sehr, sehr teuer für mich. Ich bin natürlich als Krimineller unterwegs, wer hätte es gedacht. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Let's go! Ihr habt richtig gehört, wenn ich festgenommen werde, muss ich diesen schönen Lamborghini verkaufen. Das heißt, ich mache sehr, sehr viel Geld minus dann auf jeden Fall. Nicht so nice. Deswegen müssen wir uns heute extra anstrengen und es geht direkt gut los. Bisschen kaputt machen hier. Ich habe auf jeden Fall natürlich Schlagringe, G36 und zwei Bomben dabei. Denn wir werden natürlich keine halben Sachen machen, sondern natürlich hier ganz normal das Containerschiff überfallen. Ich würde sagen, wir laufen mal hoch. Mein Ziel ist es natürlich, heute mal nicht festgenommen zu werden, weil das wäre wirklich bodenlos. Also das wäre so teuer für uns. Okay, der Container ist schon mal zu. Let's go! Wurde eben erst überfallen. Das könnte schlecht sein, wenn jetzt Polizei kommt. Muss nicht sein. Der wurde auch überfallen. Die wurden beide gerade erst überfallen. Aber Polizei ist anscheinend nicht da. Oh, Herzinfarkt durch diesen Feuerwehrwagen. Okay, let's go! Mit zwei Bomben zum Juwelier fahren. Wobei, mich juckt es eh nicht. Also wenn ich festgenommen werde, ja, habe ich eh, ist vorbei. Da sind diese zwei Bomben dann auch egal, weil dann habe ich kein Lambo mehr. Und ja, selbst wenn ich ihn mir da neu kaufe, habe ich minus 200.000 Euro oder so. Oh, da steht jetzt schon Polizist hinten, ne? Egal, 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 egal. Wir kriegen das hin. Der steht da. Ah, wir haben gerade, ah, wir haben von hier kein Schussfeld. Wir machen erstmal das Licht aus. Wir müssen jetzt irgendwie ein sauberes Schussfeld irgendwie bekommen. Der zielt aber auf den Juwelier. Also, wir könnten... Ja, jetzt, 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 jetzt. Ist down. Let's go, let's go, let's go. Ich hoffe, der Passat ist keine Polizei. Sollte es aber nicht sein. So, jetzt schnell zum Juwelier. Ich würde sagen, Überfall, ne? Oh, rüber, rüber, rüber. Wobei, die gehen nicht runter. Die sind einfach nur defekt. Ah, doch, die gehen runter. Let's go. Ähm, ist hier Polizei? Da oben ist SEK. Oh, Leute. Ey, zum Glück war der Sunny. Ohne den Sunny hätte ich den nicht gesehen, ne? Das heißt, wir dürfen jetzt noch mal SEK da oben weg snipen. Mit einem G36. Er snipet schon. Er ist angehittet, aber nicht down, glaube ich. Ah, wobei. Mit Glück schon. Da hinten ist ein M5. Kommt er zu mir. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Der wird safe Polizei sein, ja. Ja, hab ihn dreimal getroffen. Oben SEK ist gefährlich, wenn der uns snipen möchte. Da ist der Polizist. Aufpassen, da läuft er. Ja, noch mal getroffen ist down. Let's go. GG. Es geht gut los. Da oben der SEK. Der macht mir so ein bisschen... Äh, der bereitet mir so ein bisschen Sorgen. Egal, wir gucken mal. Vielleicht können wir was überfallen. Ja, gerade sieht safe aus, ne? Ah, da kommt noch eine Wand. Ne, er ist hier. Ich kann das ehrlich gesagt nicht unterscheiden, ne? Ein Diamanten. Ja, hier ist einer drin. Das ist gut für uns. Ähm, wir müssen aufpassen. Wenn da jemand kommt, ist der, sehr schlecht für uns. Deswegen hier einen auf jeden Fall mal mitnehmen. Einen Diamanten. Und dann laufen wir hier nochmal weiter nach hinten. Und überfallen hier nochmal die Vitrine hier. Machen die ein bisschen kaputt. Und ich glaube, danach sollten wir schon mal rauslaufen, ne? Also, das wird mir sonst ein bisschen zu Whisky. Taser, Taser, oder? Ja, Taser, Schuss auf jeden Fall. Wenn hier einer reinkommt, direkt Energy. Pfeffern. Oder Fetzen, wie auch immer. Ist das Polizei? Ich gehe davon aus. Ey, K, forsch mich doch nicht. Ey, du bist so nervig. Ehrlich. Es, ich hasse, ich kann nicht mehr Deutsch. Ey, dieser, ich hab so gar keinen Bock mehr. Wirklich. Er tasert mich nicht mal. Er nimmt direkt seine schönen Handschellen wieder. Platziert dann Stopsticks. Ich hab wieder so eine Motivation. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Egal, zum Glück nur zwei Reifen kaputt. Aber trotzdem geht der Lambo schon wieder kaputt, wenn man nur versucht, über einen Bordstein zu fahren, über die Kante da. Egal, sind wir hier safe? Ich denke, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie zum ADAC kommen. Ja, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, weil, wenn der uns sieht, der platziert direkt Stopsticks in uns drin. Sorry, Feuerwehr, war meine Schuld. Ja, egal, schnell zum ADAC. Einmal reparieren. Oh mein Gott, der Bremsweg war ja gerade sehr bombastisch. Egal, danach auf jeden Fall zum Dealer, Schmuggler und nicht kaputt gehen. Und dann können wir mal gucken, vielleicht ist das Containerschiff ja jetzt überfallbar. Seit wann hat der Lambo so ein schlechtes Handling? Gibt's irgendein Update, von dem ich nichts mitbekommen hab oder so? Ist ja geisteskrank. Aber das eben hätte es schon fast mit unserem Lambo gewesen sein können, ne? Das war nicht so prickelnd. Ah, da ist der ADAC. Einmal umdrehen und wieder verunfallen. Da ist noch ein Polizist. Ein Passat und der fährt nicht zu uns, oder? Ne, er bremst einfach nur und verunfallt. Let's go. Egal, einmal zum ADAC. Ja, fährt nicht zu uns, alles klar. Wir sollten vielleicht doch mal die Farbe jetzt ändern, weil der weiß, wie wir aussehen. Schwarz ist halt eigentlich unauffällig in der Nacht. Aber dann denkt jeder, wir sind Crime. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier so gelb. Ja, gelb. Gelb. Niemand benutzt gelb. Also wird schon safe unauffällig sein, oder? Passt auch hier zu unserem Anzug. Ich hab mich natürlich heute mal edel gekleidet, damit uns die Polizisten vielleicht nicht direkt festnehmen. Da ist ein Porsche. Wenn das Polizei-Porsche ist, dann ist es schon wieder vorbei. Verfolgt uns aber nicht zum Glück. Alles klar. Ja, also alles safe. Ja, Container dürfte noch nicht ausraubbar sein, weil der wurde ja gerade eben erst überfallen. Da waren ja noch Bomben, die geraucht haben. Also sollte jetzt noch nicht sein, aber wir können ja mal gucken. Vielleicht geht es ja doch. Ne, leider nicht. Okay. Sollen wir wieder zum Juve fahren? Ne, erstmal zum Dealer, ne? Ja, Schmuggler ist leider sehr weit weg. Und wir wollten ja keine halben Sachen machen. Egal. Wir fahren aber zum Dealer, dann zum Schmuggler, weil der Diamant stört mich ein bisschen. Und dann überfallen wir auf jeden Fall weiter. Aber ich finde, Gelb hat eigentlich schon irgendwie was, ne? Also sieht gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein. So, Schmuck verkaufen. Haben wir jetzt auch, glaube ich, 2k wieder. Ja, sollten 2k sein. Und dann nochmal ein bisschen Geld. Ich glaube, 2.250 Euro für den Diamanten. Und dann können wir gucken, was wir mit dem Bomben machen. Weil die Bank mache ich nicht. Also sorry, das ist mir 14 Polizisten. Die Bank mache ich definitiv nicht. Also lebensmüde bin ich noch nicht. Weil schließlich habe ich hier auch einen Einsatz von 510.000 Euro. Für einen Bankraub, wo ich dann festgenommen werde, muss nicht sein. Ey, die Bremsen von dem Lambo sind echt schlechter geworden, ne? Und man kann auch gefühlt nicht mehr über den Bord steigen, wenn man eine höhere KMH-Zahl hat. Das ist schon nicht ganz ohne. So, einmal hier runterspringen. Überleben wir? Wer hätte jetzt gestorben, ne? Hätte passieren können, ist es zum Glück nicht. Genau 2.250 Euro habe ich ja so richtig in Erinnerung. Leider wird ge... Ja, ne. Wir lassen. Die brauchen wir noch. Safe, die brauchen wir noch. Wir laufen lieber. Wäre auch schlau gewesen, wenn ich dann da geparkt hätte. Egal. Passt schon. Also, was jetzt der Plan ist. Wir wollten ja keine halben Sachen machen. Aber so eine Bank ist... Ja, das ist zu viel, glaube ich. Wir könnten uns vielleicht anschließen. Wobei, ne. Wir haben ja 2 Bomben. Wir könnten da trotzdem reingehen. Beziehungsweise, wir könnten auch Bug-Using machen. Aber dann werde ich gebannt. Habe ich nicht so Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Wir könnten eine Bombe drin platzieren. Und dann von außen wieder reinspringen. Haben wir natürlich nicht so einen hohen Ertrag. Aber sind wir halt relativ safe. Und wir verunfallen hier fast komplett. Da ist ein Amarok. Safe Polizei. Gefühlt halber Server ist Polizei. Nicht nur gefühlt ist... Halber Server ist halt wirklich Polizei. Bisschen traurig. Ah, ne. Da steht schon X3. Wobei... Ist das... Ja, ist Polizei. Ey. Kann... Kann... Keine... Kann mir keiner erzählen. Also, in der Theorie... Könnte ich ja was testen. Also, ich stelle mal ein Lambo mal hier hin. Naja, wobei, das ist dumm. Wenn, dann sollte ich mir eine Fernbedienung holen. Leute, ich hole mir eine Fernsteuerung. Und dann probiere ich was aus, was mir gesagt... Wurde, was man machen kann. Ich werde es jedoch nicht im Video zeigen. Weil, könnte, glaube ich, sogar Bug-Using sein. Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich es sicherheitshalber nicht zeigen. Aber ich werde es probieren für mich selber, ob es geht. So, Fernsteuerung wird gekauft. 1500 Euro ab zur Bank. Wir überfallen die jetzt. Let's go. Come on. Okay, da sind schon ein paar Leute. Ist die Bank vielleicht gerade am überfallen? Also, wird die gerade überfallen? Ich glaube nicht. Da stehen einfach nur random Polizisten rum. Let's go. Schüsse auf dem Dach. Ist das auf dem Dach? Ich hoffe nicht. Also, ich hoffe wirklich nicht. Egal, let's go. Fahrzeug wird hier abgestellt. Und wir klettern einmal aufs Dach. Einmal gucken, was hier jetzt abgeht. Nee, auf der Dach sind... Auf... Auf der Dach, genau. Auf dem Dach sind keine Schüsse. Ja. Gut, wir gehen einmal in die Bank rein. Ich bin fast tot. Wollte ich nur so einmal anmerken. Falls es irgendwen interessiert, ich bin fast tot. Aber sonst... Alles gut. Ähm, der Bug funktioniert. Sollte ich vielleicht mal melden. Weil funktioniert. Ist nicht gut. Und die Bank ist rot. Das ist für mich irgendwie gerade nicht so prickelt, um ehrlich zu sein. Zum Glück habe ich meinen Leiter eben nicht verwendet. Weil sonst wäre ich hier jetzt stuck. Das wäre auch nicht so geil. Egal, wir klettern hier hoch. Kann ich von hier oben irgendwie meine Leiter noch einsammeln? Nee. Äh, hier läuft Polizei lang. Also wenn die Bank jetzt grün werden würde, wäre schon geil. Ah, da kann man nicht kaputt schließen. Ey, kaputt schlagen. Ja, egal. Okay, wir klettern raus. Wir können nichts machen. Ja, gut. Wir gehen mal hoch. Einmal gucken, ist hier irgendwer. Nee, alles safe. Gut. Ja, ab zu unserem Fahrzeug. Bisschen belastend, dass die Bank jetzt leider nicht offen ist. Aber egal. Ich hasse es, Leitern runter zu gehen, ne. Das ist so schlimm in Notrofarmok. Manchmal geht das so easy. Und teilweise kannst du nicht, ne. Geht's einfach gar nicht so. So ein Ding ist das. Ja gut, wir haben uns jetzt eine Fernsteuerung gekauft. Deswegen sollten wir die vielleicht auch irgendwie mal nutzen. Es ergibt keinen Sinn. Trotzdem fahre ich jetzt einfach einen Umweg, um einfach ein paar Tore mitzunehmen. Um einfach das Gefühl zu haben, dass sich diese Fernsteuerung gelohnt hat. Obwohl sie es sich gar nicht hat. Nur ich einfach für mein Selbstwertgefühl, dass sich diese 1500 Euro vielleicht minimal gelohnt haben. So, haben wir jetzt drei Tore. Nee, insgesamt vier Tore mitgenommen. Das heißt, pro Tor circa 300 Euro irgendwie so. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir laufen in den Juwelier. Werden wahrscheinlich gleich wieder komplett auseinandergenommen. Egal. Let's go. So hier, eine Vitrine. So eine geht hier safe mit. Dann sollten wir aber direkt, glaube ich, wieder fahren. Also bis jetzt läuft es ja eigentlich. Also ein bisschen Profit haben wir schon gemacht. Wurde nicht festgenommen. Aber wir müssen mal gucken, ne? Ja, let's go. Eine Vitrine haben wir mitgenommen. Die zweite würde ich sagen. Ja, komm. Nee, Polizei, Polizei, Polizei. Weg, 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 weg. Ich höre Sirenen schon. Ja, da hinten zwar. Aber ja, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Safe Call. Da kommt auch Polizei. Oh mein Gott. Der dreht nicht um, oder? Doch, tut er. Egal. Egal, wir sind weg. Wir sind so easy weg. Da ist ein GLC. Wir sind auch vor dem weg. Alles gut. Wir fahren hier rechts Richtung Hafen. Gucken, ob der Container maybe jetzt endlich offen ist. Und dann haben wir... Sind wir weg. Easy. Oh nee, da ist der RS4. Nein, 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 nein. Ich bin aber auch so dumm, dass ich da einfach Fullspeed weiterfahre. Oh mein... Nein, ich bin... Nein, 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 nein. Das war's mit mir. Nein, ich bin down. Ich... Nein. Nein, ich hab... Nein. Ich hab kein HP. Schutzausrüstung angezogen. Ich hab nichts. Mein Fahrzeug ist so gut wie kaputt. Hat zwei Plattreifen. Ich muss jetzt einfach nur noch ein bisschen überleben. Solange, dass ich ein bisschen HP habe. Oder? Ja. Das Einzige. Wir könnten probieren hier hinten, dass wir da irgendwas schaffen. Aber wir haben zwei Plattreifen, oder? Ja. Das wird nichts. Bremsen, bremsen. Vorsichtig, bremsen. Vorsichtig, bremsen. Okay, der RS4 fährt nicht so schnell. Äh, bremsen. Kollege. Alter, das kannst du keinem erzählen. Man kann nicht fahren. Egal. Dieses Fullspeed hier, da haben wir noch eine Chance. Ich meine, in Kurven, glaube ich, sollten wir lieber lassen. Aber wenn wir hier jetzt so zwei, drei Geraden fahren, haben wir vielleicht Hälfte der HP. Und dann könnte das werden... Der ist so langsam. Warum ist der so lang? Ja, okay. Nee, der hat ja einen Topspeed von 250. Wir haben nur einen Topspeed von 240. Das ist ja bodenlos. Bremsen. Alter. Wie lang... Der kann ja gar nicht bremsen. Der kann gar nicht bremsen. Ist das Problem. Nicht verunfallen, nicht verunfallen. So viel zum Thema. Nicht verunfallen. Okay, let's go. Egal, egal. Er macht sein Fahrzeug immer noch weiter kaputt. Und wir sind trotzdem schneller als er. Auch wenn wir nur 240 fahren. Der Lambo fährt doch normal 300 oder nicht. Egal. Wir haben Vorsprung auf jeden Fall. Aber, ja, es ist Whisky. Wir müssten es eigentlich probieren, jetzt hier um die Kurve zu fahren, ne. Und dann Richtung Farmshop, Busfirma. Offroad können wir definitiv nicht fahren. Ja, ich hab ne Idee. Ey, dieser Bremsweg, das kannst du keinem erzählen, ne. Der Bremsweg ist wirklich bodenlos. So, okay. Er kann da abkürzen. Das ist für uns schon mal sehr schlecht. Nein, 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 nein. Ah, doch, 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 doch. Ich weiß, wo ich langfahre. Mein Plan ist zwar vorbei, hallo, ich wollte die Rechtshand, Kollege, bitte. Mein Fahrzeug ist gleich kaputt. Bitte, ich muss es jetzt überleben, hier langzufahren. Ich weiß noch nicht wie, aber ich muss es irgendwie überleben. Nein, 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 ich wackele, ich wackele, ich wackele. Nein, 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 nein. Aufpassen. Einfach vorsichtig. Einfach bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Einfach bremsen. Okay, let's go. Hier kommen wir rüber. Wenn wir langsam fahren. Haben wir, haben wir, haben wir. Ja. Ja. Er ist da runtergefallen. Let's go. Let's go. Er ist da runtergefallen. Einmal getroffen. Ich hatte so den Wolfsquake gerade. Egal. Let's go. Er ist da. Let's go. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist so geil. Ich habe zwei Platte Reifen. Fast kaputtes Fahrzeug. Und trotzdem schaffe ich diese Verfolgung. Oh mein Gott. Ist das geil. Let's go. Darauf erstmal das Containerschiff überfallen. Ich dachte, das wäre es mit mir. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie. Es ist geil. Es ist krank. Let's go. So. Schutzuniform. Wieder ausziehen. Weil sieht schlecht aus. Und jetzt sollte man überfallen können. Ja. Erstmal den ersten Container. Dann den zweiten. Dann wegfahren. Würde ich sagen. Wenn wir das schaffen. Weil die können ja irgendwie mit drei, vier Hits unser Fahrzeug kaputt machen. Gefühlt. Egal. Schnell überfallen. Wir haben hier eine Glock. Ja. Ist gut. Weil wir haben nicht mehr so viel Magazin. Beziehungsweise so viel Munition. So. Auf jeden Fall hier entspannt. Ein paar Geldscheine mitnehmen. Ob wir den zweiten Container schaffen. Weiß ich nicht. Aber den ersten hier auf jeden Fall. Beziehungsweise. Wobei. Da ist ein Polizist da. Und die fahren da maybe hin. Als Waffe nehme ich Sicherheitshaber in die Hand. Ähm. Ja. Und da müssen wir gucken. Ich zoome mal ein bisschen raus. Sicher ist sicher. Aber das sollten wir schaffen. Vielleicht ein bisschen auf die Sirenen hören. Ja. Let's go. Hier ist alles leer. Wir laufen raus. Wir gucken. Noch ist alles safe. Ah. Es ist schwierig. Soll ich den zweiten überfallen? Ja. Let's go. Wir müssen die Bombe loswerden. Wobei. Oder wollen wir nochmal die Bank machen? Die Bank können wir da nachmachen. Wenn ich das überlebe Leute. Dann machen wir die Bank. Und wenn die Bank grün ist dann natürlich. So. Einmal rein. Vier Goldbarren. Vier Geldscheine. Aber sonst nichts. Okay. Das ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen geizig geworden hier. Nein. Spaß. Alles gut. Wir haben hier natürlich eine gute Übersicht. Ob wer kommt. Bis jetzt zum Glück noch nicht. Hier. Zwei. Drei. Drei. Fünf. Sechs. Sachen mitnehmen. Dingens da. Genau. Und ja. Dann haben wir es. So. Letzten Goldbarren. Auf jeden Fall mitnehmen. Und loslaufen. Ist Polizei da? Nee. 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 Alles safe. Alles safe. Hä? Es ist alles safe. Als wenn niemand kommt. Eben war überall Polizei. Für nichts. Und jetzt wo ich einen Officer down schieße. Und zwei Containerüberfall. Da juckt es niemanden. Ey. Diese Logik der Polizei manchmal. Es ist ja geil. Egal. Wir fahren einmal zum ADAC. Einmal Sachen verkaufen. Und dann. Was soll uns noch aufhalten? Außer wenn ich hier fast mein Auto kaputt mache. So. Einmal. Also. Einmal kurz hier verkaufen. Gold verkaufen. Schmuck verkaufen. Fernsteuerung behalten. Wir Item auffüllen. Item verkaufen. ADAC fahren. Bank fahren. Fertig. Ah. Eine Bombe bräuchte ich dann auch noch. So. Ab zum ADAC. Dann Bank. Und dann hoffentlich frei sein. Let's go. Der Polizist steht da seit 10 Minuten gefüllt rum. Und ich fahre in ihn rein. Let's go. Weil ich auf meine Hände geguckt habe. Willst du mich blitzen? Wärst du kein Noob, würde ich dich jetzt sowas von umpfeffern. Aber weil ich Mitleid mit dir habe, bin ich so nett und fahre hier ganz normal einfach lang und tu dir nichts. Bremsen, bremsen, bremsen. Nicht kaputt gehen. Passat. Du bist kein Polizist. So. Also neue Farbe. Silber. Ne, rot. So. Und jetzt zur Bank. Wir sehen uns bei der Bank wieder. Es sei denn, ich werde gleich irgendwie geblitzt. Dann. Ja, okay. Wir sehen uns jetzt wieder, weil ich kann nicht fahren. Wirklich. Ich muss in die Fahrschule. Bin ich ehrlich. So. Ich bin in der Bank. Ich habe mich entschieden, einmal nochmal hier reinzugehen auf den ein bisschen verbotenen Weg, weil ich testen möchte, ob das so wirklich funktioniert. Wenn ja, dann mache ich es nie wieder. Ich möchte es jetzt einfach nur aus wissenschaftlichen Gründen probieren. Und ja, es funktioniert. Let's go. Okay. Wir überfallen die Bank. Wir beeilen uns auf jeden Fall. Hier einmal die Goldbarren mitnehmen. Und wir sollten direkt aufschließen, glaube ich. Weil hier ist wahrscheinlich direkt Polizei. Deswegen schnell aufschlagen. Sehr schnell aufschlagen. Und direkt schon mal die Leiter nehmen. Unser Fahrzeug steht im Hinterhof. So. Hier einmal schnell. Dann werden wir uns erstmal aufs Gold fokussieren. Weil das ist, glaube ich, somit am wichtigsten. Schutzausrüstung. Ziehen wir einmal an. Ist, glaube ich, am safesten. Und hören, ob er kommt. Aber der Bug funktioniert. Ich werde ihn euch hier nicht im Video zeigen. Weil ich will nicht hier Bug-Using irgendwie gut reden oder so. Ich wollte es jetzt einfach nur mal testen aus Interesse, ob dieser Bug irgendwie noch funktioniert. Ja, tut er. Und das ist halt nicht so nice. Also eigentlich ist es irgendwie cool. Aber irgendwie auch nicht so nice. Für die Polizei. Hey, kommt mal irgendwer? Also ehrlich, das ist irgendwie ganz interessant mit den Polizisten hier. Also da absolut keiner kommt, würde ich sagen. Werden wir hier nochmal den aufschlagen und mitnehmen. Ein Goldbar nochmal und zwei Geldscheine nehme ich mit. Und dann laufen wir. Hä? Das sind neun Gold... Das ist ein geiler Bankraub. Hä? Das ist ja richtig geil. Ah, jetzt kommt die Polizei. Egal. Hä? Jetzt sind wir schon lange weg. Jetzt sind... Wow. Was ist das für ein geiler Bankraub? Ich habe jetzt neun Goldbar... Und ich weiß nicht. Ich denke mal auch so neun Goldsch... Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Ja. Wir sind weg. So, einmal alles verkaufen. Neun Goldbaden. Das ist geil. Let's go. So viel Geld. Let's go. Er möchte ihn festnehmen. Das lassen wir nicht zu. Let's go. Aim, 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 aim. Ich... Hä? Ich treffe ihn doch. Warum treffe ich ihn nicht? Also... Jetzt habe ich ihn. Let's go. Ich dachte gerade... Hä? Was war das denn? Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oh, der Polizei... Äh, der Polizei. Genau. Die Polizei rückt aus. Na, ich würde sagen, da es bis jetzt sehr, sehr gut läuft und wir im Plus sind, überfallen wir noch einmal den Juwelier. Und da entscheidet sich jetzt, ob wir den Lambo verkaufen müssen oder nicht. Ich glaube nicht, weil bis jetzt läuft es ja relativ gut. Ähm, ich wollte ihn eigentlich gern nochmal holen. Oh, nein, 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 nicht mich umschießen, nicht mich umschießen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Also, auf welche Distanz wir zum eigentlich Stopsticks platzieren? Das ist so eine Frage. Wir fahren einmal rückwärts um die Ecke am besten. Oh, der Typ ist geisteskrank, hä? Was wird denn das? Jetzt läuft er weg. Er ist down. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Das ist richtig schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Soll ich lieben? Aber dann, ja. Ähm, also... Rein technisch gesehen wurde ich ja nicht festgenommen. Jedoch wäre ich ja festgenommen worden. Ich wollte einfach nur nicht 5 Minuten auf dem Boden liegen und dann festgenommen werden. Deswegen, rein technisch gesehen bin ich nicht festgenommen worden. Aber so in der Praxis wäre ich festgenommen worden. So, versteht ihr, was ich meine? Also, eigentlich müsste ich mein Lambo verkaufen. Aber der Lambo ist eigentlich schon geil, ne? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, soll ich den Lambo verkaufen? Wenn ja, lasst mal ein Like da und wenn nein, lasst trotzdem ein Like da, okay? Hallo? Unterstützt mich? Gerne. Und ich würde sagen, ich wäre eigentlich festgenommen worden. Deswegen muss ich ihn eigentlich verkaufen, ne? 550.000 Euro verkaufen in 3, 2, 1. Och, nee. Och, nee. Ich habe zwar ein bisschen Geld bekommen, aber das lohnt sich ja gar nicht. Ja, schreibt mal in die Kommentare, soll ich mir den Lambo wieder neu kaufen, ja oder nein? Schreibt mal aber auch eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare, weil die war ja eigentlich schon lukrativ. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen, dass ich den Lambo wieder mit rein bekomme. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.